Hallöchen zusammen zu einer neuen Folge des vermutlich schlechtesten Resident Evils aller Zeiten. Zumindest kann ich sagen das schlechteste, das wir bis jetzt auf unserer Reise durch die Reihe gespielt haben. Ein paar Kandidaten kommen ja noch, die auch, naja, nicht gerade die gewohnte Qualität halten, sag ich mal, die wir so kennen von Resident Evil. Versuchen wir jetzt mal den Ranking-Mode. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Das schauen wir uns jetzt mal auf jeden Fall an. Okay, Accard, Glocktower oder Underground, oder? Versus Roach-Mode. Hier sind alle Modis irgendwie nochmal, aber im... Hä? Warum ist denn... Ach so. Im Ranking-Mode können wir uns das Ranking anschauen. Sehr gut. Wie komm ich hier wieder raus? Okay, gut, haben wir den Modus auch durchgespielt. Perfekt. Jetzt ist halt wirklich die Frage, die zwei Stunden, die wir das Spiel spielen müssen, damit wir mehr Continues kriegen, darf ich auch den Dungeon-Modus spielen? Oder zählt das nur für den Accard-Modus? Weil zwei Stunden Accard-Modus spielen ist eine ordentliche Ansage, ehrlich gesagt. Wenn wir auch einfach den Dungeon-Modus spielen könnten, ne? Der ist halt stinklangweilig, der Dungeon-Modus. Aber wenigstens... Aber wenigstens... Oh Gott. Nee, vergiss es. Guckt mal. Hier, Glocktower. Ich verstehe. Das ist die gleiche Map wie vorher. Das gleiche Labyrinth mit Fallen. Super nerviger Schlauch. Verschlungen. Keine Mini-Map. Man kennt sich nicht aus. Und im ersten hieß es, eliminiere den Boss. Das war easy, okay. Und jetzt heißt es, sammel alle Juwelen im Haus. Oh Gott, dann muss man wie bescheuert... Ja, machen wir jetzt mal. Also ich glaube, den Dungeon-Modus werden wir wahrscheinlich jetzt aber mal wirklich nicht komplett durchspielen. Weil das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich sag's euch, wie's ist. Das ist ja nur Arbeit. So, let's go. Brennende nackte Zumbonen. Wollen im Feuer wohnen. Nicht die Magnum. Genau, die nehmen wir. Hand gone. So, ich muss jetzt echt mich umgucken, wo überall Türen sind. Und muss versuchen, irgendwie mir zu merken, wo wir schon waren und wo noch nicht. Das wird alles andere als leicht. Also für mich, ne. Es gibt Menschen, die haben besseren Orientierungssinn, aber ich gehöre nicht dazu. Ui, ist der schnell. Da hole ich mal die Pumpgun raus. Habt ihr das gehört? Hat sich so angehört, als wäre irgendwo Glas gesplittert, aber hier ist gar kein Glas. Ich weiß nicht, was da... Aber gut, okay. Meinetwegen. Hat halt unsichtbares Glas gesplittert. Kann ja mal passieren. Münzen. Es ist einfach wirklich exakt das gleiche Level. Das heißt, am Anfang ist alles schön linear und so, aber hinten raus wird's dann richtig arschig, ey. Oh Gott. Hand gone. Shoot gone. Noch mehr Hand gone. Ich hab bisher noch keinen einzigen Juwelen gefunden. Verdammt. Hey, ich hoffe wirklich, das zählt zu den zwei Stunden Spielzeit. Bei zwei Stunden der Kart-Modus, das ist schon übel. Finde ich. Aber auch das machen wir zur Not. Hilft dir nix. Was war denn? Was hat uns denn jetzt bitte getroffen? Ich glaube, da ist irgendwas hinter uns, oder? Der Kriegsende, oder was? Oh Gott, mit der Magnum. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ich hab' aber ehrlich gesagt das Gefühl, wir haben so viel Munition. Ah, guckt mal. Oh. Kann man die zerschießen? Die sehen so zerschießbar aus, ne? Aber sieht nicht so aus. Na gut, okay. Wenn man ne Minimap hätte. Man hat nen Kompass, okay. Aber, pfff. Um Gottes Willen. Ist das wirklich... Ich mein, das heißt Dungeon-Modus, ne? Vielleicht erwarten die, dass man hier wirklich mit Zettel und Stift am besten sitzt. Und das kartografiert das Ding. Wo kamen die denn her? Schön, dass diese Netten mir vorbeigelaufen sind. Geht mal durch die hinterste Tür, nicht die andere. Ei, 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 ei. Könnte wirklich sein. Könnte wirklich sein, dass die damit meinen, hey, das ist hier so Retro-RPG-artiger Dungeon mit Karten zeichnen und allem drum und dran, was so dazugehört, ne? Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die das so gemeint haben. Oh. Ah. Was? Kann ich jetzt mehr tragen, wie zum Beispiel ein Raketenwerfer? Ah, das ist schon schön. Panzerfaust. Ich glaube, ich benutze jetzt mal andere Waffen, oder? Graden wir mal ein bisschen hier ab. Machen wir mal hier. Weißt du, wenn wenigstens die Farbmarkierungen irgendwie anzeigen würden, dass ich wo schon war, oder, ne? So rot für Räume, die ich schon erledigt habe, und grün, oder andersrum für Räume, wo ich noch nicht war, wäre schon nett. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal noch nicht die Leiter nach unten. Weil wenn das wirklich so klassisch, ganz klassisch, tanzenmäßig aufgebaut ist, dann würde das auf jeden Fall bedeuten, dass quasi neue Ebenen, neue Stockwerke sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also quasi so Level, Level im Dungeon. So quasi. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. Ebenen halt. Und dann schauen wir uns erstmal auf der Ebene fertig um. Und schon haben wir unseren ersten Juwel. Schau dir das mal nicht an. Nicht die Magnum. Nicht die Mama. Naja. Haben wir halt eine Lampe mit der Magnum zerschlossen. Zerschlossen. Zerschlissen. Ich nehme jetzt mal einfach, ich Assault Rifle uns jetzt mal hier durch, durch den Dungeon. Au. Dass die Zombies in dem Modus, oder in dem Spiel so weit schießen können. Ja, ich muss, glaube ich, so ein bisschen was von dem Hate, den ich dem Spiel am Anfang abgegeben habe, zurücknehmen. Ein bisschen. Ein bisschen. Es ist nicht ganz so schlimm, wie ich am Anfang den Eindruck hatte, aber es ist schon halt nicht gut. Also wäre das Spiel irgendwie fünf Jahre früher rausgekommen. Nicht 2002, sondern 98. Ja, genau. 97, 98 wäre das ein akzeptables Spiel. Absolut. Gut. Aha. Jetzt bin ich hier aber okay. Ja, genau. Ich denke, jetzt sind wir einmal, jetzt haben wir alles auf der Ebene einmal gesehen. Jetzt bin ich quasi einmal so den Rundgang gegangen. Anami, warum lebst du? Wenigstens ist es noch anständig genug, ein bisschen Munition für uns zu droppen. Dann ist gut. Dann darf er leben. Vielleicht ist das im Speziellen auch ein bisschen Geschmackssache. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber ich verstehe nicht, wenn man so einen Dungeon Crawler machen will mit Resident Evil. Das ist ja grundsätzlich irgendwie eine coole, nette Idee. Aber warum macht man dann so ein akkadiges Zeitlimit und sowas? Das verstehe ich nicht ganz. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wo ich gerade bin. Spawn-Gegner neu, oder? Achso, hier geht's runter. Na, dann gehen wir runter. Anschein Spawn-Gegner neu. Beim Erkunden, das ist auch gut zu wissen. Okay, wir haben eine Armbrust bekommen. Die Waffe hatten wir tatsächlich noch nie, ne? Auch interessant. Dann lassen wir uns mal nichts zerquetschen. Und testen mal unseren... Ich frage mich, ob der Sprengpfeile hat. Weil wenn nicht, dann ist er eventuell nutzlos. Aber wenn... Dann kann halt einfach der Raketenwerfer heimgehen, ne? Hier ist der Kakerlakenraum. Sprengbolzen! Das gefällt mir. Ob ich hier alle Kakerlaken töten soll? Vermutlich nicht. Aber ich kann auch den Zumbi, der hier liegt, nichts tun. Gehen wir in den Küchenraum oder in den anderen Raum? Hm. Ich geh mal in den anderen. Gehen wir erst in den da. Wobei, ich muss nochmal zurückgehen. War nicht der Küchenraum der Safe Room? Der auch eine Sackgasse ist? Bin mir nicht sicher. Oh Gott, ich hab den Raketenwerfer benutzt. Ist aber gar nicht schlimm, weil dann kann ich jetzt den anderen Raketenwerfer mitnehmen. Es wäre halt gut, wenn ich den Schuss nicht wieder komplett verschwendet hätte. Wie beim letzten Mal auch für eine Fledermaus, die ich nicht mehr getroffen habe. Aber hey, ist schon okay. Oh, zu viele Türen in diesem Modus. Auf dieser Ebene. Die macht mich fertig, die Ebene. Die wird mein Ende sein. Oh, Licker. Oh, Licker. Ich weiß nicht mal, was die Münzen machen. Das ist wahrscheinlich nur für die Highscore. Ja, genau. Und so, weißt du, ich verstehe es nicht. 2003 oder 2 im Original. So ein Highscore-fokussiertes Spiel rauszubringen. Das war doch damals schon unfassbar altbacken, oder? Wer hat denn 2002 noch so Highscore-Spiele gemacht? Mit Zeitlimit und mit Punkten. Mit Punkten. Das Spiel fühlt sich einfach wirklich mindestens 5 Jahre zu spät erschienen an. Es würde für mich irgendwie so chronologisch viel mehr Sinn machen, wenn Survivor 1 und 2 vertauscht wären tatsächlich. Wenn das Konzept von Survivor 1 2003 dann erschienen wäre und das Konzept von Survivor 2 irgendwie 2000, würde für mich mehr Sinn machen. Naja, ich finde keine Edelsteine. Und wir sollen alle finden in dem Haus. Das ist ja verrückt. Ich habe keine Ahnung, wo wir schon waren und wo noch nicht und was überhaupt los ist. Hey, Edelstein! Ich hoffe, es gibt nur zwei. Schade. Anscheinend gibt es mehr als zwei. Nein, hätte ja sein können, dass wir es jetzt geschafft hätten. Ah, hier ist der Safe Room. Ups. 200... Ah, die können wir nicht mitnehmen. Ist okay. 252% Munition. Na gut. Ich laufe jetzt einfach wie so ein Trottel hier. Wir haben... Ich würde sagen, wenn ich eine Leiter finde, gehen wir runter. Wir haben auf der Ebene einen Ebelstein gefunden. Und ich behaupte jetzt einfach, das ist wahrscheinlich der Letzte. Das ist wahrscheinlich der... der Edelstein hier. Aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Das behaupte ich einfach nur jetzt. Ich muss jetzt hier in dem Raum einfach mal alle Türen durchgucken, ob da noch Gegner sind, ob wir da schon waren oder nicht, weil ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Das sieht neu aus. Münze, wo hüpfst du denn hin? Komm, ich habe 92 Schuss Magnum. Spare ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt hauen wir einfach raus. Ich nehme jetzt einfach immer die Waffe, die wir als Sitzes aufheben. Außer wenn es die Pistole ist. Die ist lame. Wow. Das war ziemlich cool. Ah, ich habe die Münzen aber dafür übersehen. Ach, schade. Aber, dass die Magnum so durch, Hunde durch schießt und so. Crazy. Die Cerberus. Wer ist denn da schon wieder explodiert? Manchmal explodieren Zombies ein bisschen random, habe ich das Gefühl, oder? Warum? Aber okay. Passt schon. Lasst sie explodieren. Ich weiß gar nicht, warum ich die umbringe. Der besiege absolut alle Gegner. Das ist wahrscheinlich dann erst die dritte Mission, nachdem er alle Edelsteine gesammelt hat. Ich meine, die haben schon wirklich alles getan, um aus möglichst wenig Content möglichst viel rauszuholen. Also dieses, man macht die gleiche Map mehrfach mit verschiedenen Missionen. Und das ist alles so ein unendlicher Schlauch irgendwie. Ja. Naja. Ich denke, im Endeffekt wurde hier halt einfach nur, ohne dass ich es böse meine, jetzt irgendwie halt der Arcade-Shooter, den man schon hatte, nochmal so verwertet halt, ne? Die hatten halt den Arcade-Shooter und haben sich gedacht, hey komm, lass uns das irgendwie nochmal für die Konsole rausbringen. und deswegen ist das halt ne relativ... Oh Gott, wurde ich grad von sowas zerquetscht? Anscheinend. Deswegen ist das wahrscheinlich ne relativ, äh, einfache Versopftung. Ja. Denk ich. Ich geh jetzt erstmal da rein. Die Pfeile sind sogar voll zielsuchend, ey. Richtige Cheater-Pfeile. Die fliegen richtig um die Kurve, aber ich beschwere mich nicht. Finde ich super. Wisst ihr, ich kann's mir sogar vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, ich hab jetzt alle, alle Teile, die ihr davon bis jetzt gesehen habt, so ziemlich am Stück aufgenommen. Das heißt, ich konnte die Kommentare noch nicht lesen, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute dabei waren, die geschrieben haben. Also ich hab das damals geliebt, bla 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 so, ne. Und ich kann mir sogar absolut vorstellen, dass wenn man ein bisschen jünger ist vielleicht, ne, und dann kriegt man das Spiel und dann hat man da diesen Dungeon-Modus und dann hat man die verschiedenen Ziele und irgendwie ist es schon so abenteuerlich und druckerzeugend. Ich kann mir schon vorstellen, dass man damit Spaß haben kann. Objektiv ist es halt echt nicht so das gute Spiel, ne. Würde ich schon sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man Spaß hat. Man kann mit vielen, mit vielen Spielen Spaß haben und gerade irgendwie je weniger Erfahrung man mit Videospielen hat und je unberührter man da bei dem Thema ist und je naiver man dran geht und je jünger man ist und so, desto mehr Spaß kann man haben mit Sachen, die man als Videospiel-Veteran dann irgendwie echt schrecklich findet, weil man mehr Vergleichswerte hat. Das ist eigentlich fast schade, wie diese Unschuld verloren geht. Können wir vielleicht die Spinne treffen? Chill. Gerade habe ich noch deine zielsuchenden Pfeile gelobt und jetzt machst du hier sowas. Guck dir das an. Chill, das geht schon nicht. Komm. Meine Güte, ist das hier ein eine Spinnokalypse. So, ich gehe jetzt mal in den letzten Raum hier, keine Ahnung. Okay, Bossraum. Wartet mal. Für was habe ich denn den Raketenwerfer aufgespart? Komm. Wo ist er denn? Nein. Okay. Oh. Wieso ist der Raketenwerfer so nutzlos? Ah, getroffen. Sehr gut. Moment mal, ist es vorbei oder was? Aber ich habe gar nicht alle Juwelen. Ich dachte, ich muss alle Juwelen sammeln. Ich weiß nicht, ob ich alle Juwelen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt vorbei ist nach dem Bosskampf. Rang E. Weißt du, da steht dann so zwei Millionen Punkte und man hat das Gefühl von wow, das ist voll viel und dann kriegt man einfach irgendwie Rang E, der wahrscheinlich der schlechteste überhaupt ist. Mission mehr oder weniger clear. Naja. Ja, aber habe ich jetzt alle Edelsteine gefunden oder was? Ich verstehe überhaupt nicht, was los ist hier. Was ist das? Naja. Okay. 150% Rifle-Munition. Clock Tower Mission 3 ist jetzt spielibel. Spielibel. Das ist so dumm. Also, also mehr Munition. Also das ist wirklich nicht das, was ich... Hier guck, defeat the monsters in der Hause. Ich habe es gesagt. Da ist noch viel Platz für weitere Missionen. Ich frage mich, was da noch kommt. Aber noch mehr Munition ist wirklich nicht das, was wir gebraucht hätten, oder? Wollen wir mal in den Underground gehen und den Boss im Underground besiegen? Ah, er hat schon eine spärliche Bewaffnung, ne? Aber nehmen wir ihn mal. Erkunden wir mit ihm mal den Underground. Aber Leute, das machen wir nicht mehr heute, das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen mehr Folgen zu Survivor 2, als ich dachte. Ich habe auf How Long To Beat irgendwas gelesen von wegen, ja, ja, das Spiel ist in 40 Minuten durchgespielt. Und ich habe mir gedacht, ach, chillig, machen wir mal gemütlich in einem Stream am Anfang oder ein, zwei Folgen. Aber was ich nicht wusste ist, dass man es theoretisch, theoretisch kann man wahrscheinlich den Arcade-Modus in 40 Minuten beenden, verstehe ich schon. Aber in der Realität muss man halt einfach mindestens zwei Stunden grinden, damit man den Arcade-Modus mit Sexleben überhaupt mal durchspielen kann. Und dann gibt es ja noch 100 andere Modis, ne? Das wurde mir wieder nicht mitgeteilt. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschö.